hallo habe die ehren jetzt willkommen zurück zum car mechanic summer labor 21 wir sind auch bei unserem wunderschönen es bricht wir kümmern uns jetzt darum dass hier nichts im vordergrund ist sondern das spiel läuft und kümmern uns darum dass wir jetzt hier die außenhaut schön machen jetzt mal schauen was mir alles hinbauen können was behind rest müssen wir alles kaufen probiert dass mir die motorabdeckung weglassen eine fahrtrichtung denken haben wir alles hin dass wir ohne motorabdeckung fangen das wäre sehr schön ich befürchte aber das wird nicht ein trick das so natürlich viel besser ausschauen würde ich mache dann mal die karosserie modus aus dann sehen wir das sehr schön weil das würde dann halt so ausschauen würde ich schon feiern in den leben in den leben was war denn ursprünglich drin einer mit konsole okay heißt wir gehen in die innenerstattung machen erst mal vor der sitze mit konsole da würde ich fast sowas hier sehen der wäre es mit konsole vielleicht noch mal aber der macht mich jetzt am meisten an die sind mir zu neu ich möchte ohne ohne extra kopfstütze aber auch nicht zu sportlich so ja der hat extra hier noch warte min in der optik haben wir das ausschaut oder ordentlich wenn ich aber zwei einbauen bin ich mit einem gar nicht so zufrieden dieses ein bisschen die klasse und so lenker das war denn ursprünglich drin also ein richtig old school teil ok das mal immer in diesem modus sein muss dass ich ins tableau kommen lenkrad oben sehe ich jetzt da wirklich nicht so unbedingt das zu alt warum nehme ich das elise lenkrad wo das ist lotus wer ist schwarz ja ist jetzt absolut gar kein passendes drin wird so bollig sein doch ein chromiges nehmen das passt nicht irgendwie mehr in erinnerung an lenkräder dass da mehr werden habe ich doch maybe machen das passende groß oder ich doch ein abgeflachtes dann wäre es nämlich kommen dann nicht mit krumm klar ich weiß nicht warum wir sind einfach zu riesig ja ist nicht das was ich mir vorstelle aber geht nicht besser okay da gucken wir jetzt mal und zwar würde ich auf irgendwie sowas stehen weiß nicht ob ich glanz möchte oder naja schon glanz doch wir können hier auch und ich sehr stylisch in grün jetzt gibt es nicht stellen uns vor das wäre schwarz hier müssen wir noch das auto noch mal waschen nehmen jetzt mal die ansicht ich 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 schon sehr klassisch ich finde den farbton schon nicht schlecht also schon sehr klassisch Ich möchte mal ganz kurz rausstellen, weil draußen schalten wir da anders aus. So, jetzt kommt das aller Schlimmste. Felgen. So, was war denn drauf? Felgen E-Split. So durch. Mal wegen den Dimensionen. Wir haben ja gesagt, wir wollen den Tief haben. So bleiben wir jetzt mal bei, äh, was warst du? Bitte hier. Die Tiefen können wir. Okay. Es waren jetzt schon die 2,5 oder waren es die hinteren Reifen? Ja. So haben wir vorne 2,25, 17, 35. Wir testen. Wir nehmen Reifen ohne Aufschrift. Wir nehmen Sport Reifen Ultra. So. So. Belge. Hm. 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 Wir könnten vielleicht was sein. Wir brauchen schon ein bisschen was klassischeres. Wenn der jetzt nicht solche Dinger drauf ballern nüscht. Es soll halt noch klassisch getunt werden, sagen wir es mal so. Ich möchte ja auch auf jeden Fall einen Silber haben, aber es ist ja wurscht wie die ausschauen farblich. 2,5. 3,5. Also bien. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir machen 40er Reifen drauf, oder? Schaut ein bisschen verlassen aus. Und... Ja. Test, ich hab's gerade im Kopf. Mal auf die andere Seite drauf. Ja, ich glaub, das schaut besser aus. 35er waren ein bisschen too low. Wir können ihm jetzt halt nochmal eine Keilform geben. Das ist so viel. Im Moment nur 18er nehmen, aber das ist dann zu viel. Okay, einen letzten Test noch. Das ist sogar besser aussehen, bitte. Den lassen wir so stehen. Weniger ist manchmal mehr, ne? Oh, dann haben wir da der Spruch der Sprüche. Kann auch sein, dass ein 35er wird, der besser ausschaut. Wir haben das Auto nämlich dann ordentlich tiefer. Das verdreckt er auch und schleift uns nicht die Eier ab. Also du bist auf jeden Fall raus. Äh, 16. Äh, 16. Ja, das ist er. Wenn wir hinten auf 17 gehen. Jetzt kaufen wir erstmal das Set für vorne. Dann kommen sie wieder verballern. Ähm, 17er kauft. Dann schnauze wir mal drauf. Dann schnauze wir mal drauf. Jetzt kriegen wir den schön low. Geht halt durch Tieferlegung leider aktuell nicht. Den probieren wir das. Wir haben jetzt, äh, 20 Querschnitt weniger. Und wir haben einen Zoll weniger. Also der dürfte schon auf den Boden klatschen. So, na. Und wenn wir jetzt hinten 17er machen. Wie scheiße schaut das aus? Natürlich müssen sie breiter werden. Das ist klar. Nein. Ich würde auch bei 16er, 40er bleiben. Und würde jetzt hier gehen auf ein 2. Unterschied haben wir prinzipiell auch plus 10. Oh. Über 50. Probieren wir mal. Auf jeden Fall bleiben wir auf 16. Da kann man schon mal 2 holen. Machen. Reifen. Testweise erstmal einen. Ich befürchte, mein erster Gedanke wird besser gewesen sein, dass wir nun 2,45er nehmen. Aber das schauen wir uns einfach kurz an. Das ist hier einfach nur aus. Das soll ja perfekt. Also, im Auge des Betrachters, ne. Ich möchte ihn perfekt machen. Ja, stimmt schon. Steht doch noch gut, oder? Könnt ihr noch vertragen? Könnt ihr nicht mehr vertragen. Hören wir mal, ob das mit dem 55er gut ausschaut. So, die Stunde der Wahrheit. Könnt ihr mich verarschen? So setzt er sich nicht. Warum schaut die vornere größer aus wie die hinteren? Könnt ihr weiter rausstehen? Könnt ihr fast noch einen Zoll weniger vertragen, hm? Zumindest vorne, aber dann wird man eben eine Keilform provozieren. Setze ich halt absolut gar nicht. Oh. Der steht vorne nach oben. Oder? Ich verstehe jetzt mit der scheiß Mutterhaube hier. Das sind wir jetzt. Das sind wir jetzt. Das sind wir jetzt. Da habe ich jetzt noch eingekauft. Dann gehen wir jetzt. und erhältlich beide gekauft habe ich sehen weil wir dann steht das ist es jetzt haben wir nämlich er geht immer noch ganz leicht das ist jetzt eine übertriebene kurve aber ganz leicht geht er noch hoch aber er schaut besser aus ja 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 richtig die scheiben tönen nur mal rein ich nehme so einen leichten leichten tritt tönen vor bitte lass mich die nicht hin machen müssen ein leichten tritt geben ihm an tönung ich finde den ab nochmal geil greifen müssten halt verschissen schwarz sein aber es ist wir haben die farbe ja ein bisschen im cockpit die handbremse hier wow das ist weil die mutterabdeckung fehlt doch 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 ja das ist ja die farbe ist auch geil ja 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 der ist richtig schön klassisch aber doch wir haben jetzt noch mal kurz runterschauen genau das ist was ist das das was ich wollte wenn jetzt hier farbige federn und das alles in farbe das hätte absolut nicht gepasst absolut nicht ich hoffe nur in gottes namen ich muss keine motorabdeckung machen ja genau das ist es ist es ist das also es ist uns geht es noch mal mit dem ich habe leider nicht so zur geltung weil das ja alles nichts mal ganz kurz noch ein foto leistung und so weiter leistung und fahren macht man dann im nächsten video möchte ich auch ein schickes foto von dem kfz dann nehme die voll überbelichtet wo hast du die schönste leute die lichter ausfahren ich habe Ich sehe. Ich muss es auch nur noch aufmachen. Ganz ehrlich, da kommt die Farbe nicht zur Geltung. Aber jetzt lassen wir ihn mal so. Ich finde ihn echt sexy. Okay, einmal noch ein bisschen, ich bin voll über der Zeit. Der wirkt hier ganz anders. Jetzt schauen wir ihn noch mal an. Der glänzt hier mehr, der ist voll matt geworden. Schau mal wieder. Doch, doch, doch. Ich bin eigentlich absolut kein Fan von so einer Farbe. Ich würde ihn wahrscheinlich auch nie aus seinem Auto lackieren in real life, aber der ist sexy. Also mit der Farbe. Ich finde dieses Klassische sehr schön. Okay, okay. Genügend. Wir schmeißen ihn nochmal auf die Bühne. Wir werden in dem nächsten Video Leistungsmessung machen. Vmax und Rundkurs. Dann sollte dieses Projekt abgeschlossen sein. Und wir fangen hier mit dem Kollegen an, wo die halbe Karosserie fehlt. Und der wird richtig erotisch. Guck mal so einen richtigen fucking bad boy aus ihm. Okay. Dann, liebe Leute, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar, Like, Abo, Gedöns, Holiday White Fee. Alles da, was ihr wollt. Würde mich sehr freuen, wenn wir einfach weiter wachsen würden. Wenn nicht, auch okay. Und schaut einfach im nächsten Video wieder vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt es mal gesund. Habe die Ehre. Und Servus.